Ich bin die Iris Meyerhofer, ich arbeite im Teleinfo Center in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wir beantworten täglich durchschnittlich 1000 Kundenanfragen in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Wirtschaftsrecht, Steuerrecht sowie Fragen zum Thema Unternehmensgründung und Betriebswirtschaft. Da sich die Gesetze ja laufend ändern, müssen wir immer am leichtesten Wissensstand bleiben. Somit müssen wir uns ständig weiterbilden. Das macht die Arbeit auch so spannend und interessant. Wir arbeiten in einem Team, das sich gegenseitig sehr stark unterstützt. Klingt doch gut, oder? Also, bewerben Sie sich!